Rote Rosen, Amelie begeht einen folgenschweren Fehler. Lüneburg, sie riskiert alles. In der ARD-Telenovela Rote Rosen treibt Amelie, Lara Isabel Lentink. 38, ihren Plan voran, den Ascani-Park zu übernehmen. Doch stattdessen vernachlässigt sie ihr Privatleben, und Jorik, Remo Schulze, 36, und Henni, Jonah Ameri, 7, wollen ihre Pläne unbedingt über den Haufen werfen. Fabian, Sarah Eifert, 41, wirft ihm nach einem Rückzieher Feigheit vor. Das sieht man in der Vorschau. Das sind Worte, die Amelie wirklich berühren. Das liegt daran, dass jeder um sie herum das Gefühl hat, in die Enge getrieben zu werden. Was das genaue Gegenteil ihrer trägen Leistung in Karras ist. Also beschließt sie schnell, Ascani-Park zu kaufen, sehr zu Joriks Entsetzen. Auf den erneuten Alleingang von Amelie reagiert Jorik fassungslos. Aber Amelie la SST sich nicht beirren, sie will mehr vom Leben. Er wirft ihr egoistisches Handeln vor. Die beiden geraten in einen heftigen Streit, in dem Joriks Worte Amelie zutiefst verletzen. Von dem Vorwurf, Amelie war ein Viertel a Dei sich nicht fahr ein Viertel a Henriette interessieren, ist sie getroffen. Die beiden merken allerdings, dass Henne ihre Streitereien sehr belasten, und reihen sich ihr zuliebe zusammen. Aber reicht das auch, um ihre Familie zu retten? Rote Rosen, Amelie nimmt eine Hypothek auf die gemeinsame Wohnung auf, um die Wogen zu glätteten. Verspricht Amelie Jorik, dass sie beim Hotelkauf kein Risiko eingeht. Allerdings macht der Werker Uferdruck und will eine Entscheidung. Amelie beschlierte, ohne Absprache mit Jorik, eine Hypothek auf die Wohnung aufzunehmen. Doch es dauert nicht lange, bis dieser von ihrem Alleingang erfahrt H.R.T. Jorik Gehrate in Panik und hat Existenzangst. Er war R.T. Julius, Jan Stapelfeld, 42, dass der Ascanier-Park zum Verkauf steht. Erst viel zu Spate realisiert Jorik, dass er da mit Amelie in den R.A. ein Viertel Zika in gefallen ist. Er hattete Julius niemals davon, er sah H.R.E. in der ein Viertel Erfin. Doch zu Spate, zwar bittet er in Insta in Digi, die Info F.A. ein Viertel Er sich zu behalten. Aber Julius sieht sich gezwungen, eine wirtschaftliche Entscheidung F.A. ein Viertel Er das 3K Absatzzeichen NEG zu treffen. Er wendet sich an Gunthe, Hermann Töcke, 71. Welche Folgen das F.A. ein Viertel Er Amelie und auch Jorik hat, erfahrt ihr immer zwischen Montag und Freitag ab 14.10 Uhr in der ARD oder vorab in der Mediathek.